Der Ruf der Blonden Göttin Zombies sind lebende Leichname. Mr. House, glauben Sie wirklich, dass es die gibt? Ich bin sicher, dass es sie gibt. Ab und an begegnet man Ihnen. Ich würde mir gerne mal so einen Zombie aus der Nähe betrachten. Könnten Sie das nicht arrangieren? Bis nachher. Ciao. Der Ruf der Blonden Göttin. Eine Frau glaubt, eine Mörderin zu sein. Doch sie kann nicht beweisen, dass sie getötet hat. Es ist die rotarsch, dass die Ruf der Blonden Göttin und auch die Ruf der Blonden Göttin sind. Madame, berühren Sie das nicht. Mr. House hat allen verboten, etwas aus der Vitrine zu holen. Hören Sie, und besonders das da. Susan! Susan! Nein, tu das nicht! Wir müssen die Götter um Vergebung bitten. Und das können wir nur durch ein Menschenopfer. Der Ruf der blonden Göttin.